Jo Leute damit, willkommen hier zu einem neuen kurzen Video und in dem Video soll es mal um einen neuen legendären Auftrag gehen und zwar vereitle den Sabotageversuch des Maulwurfs. Hierfür müssen wir nach Corny Complex, das sieht man hier auch schon und was wir da genau machen müssen, das zeige ich euch kurz mal. So und hierfür müssen wir wie gesagt nach Corny Complex und ich zeige euch jetzt den genauen Ort wo wir hin müssen. Hier vorne seht ihr den Countdown, hier ist diese rote Scheune und direkt rechts daneben gibt es an der Stelle hier so eine kleine Bombe oder sowas. Auf jeden Fall können wir hier interagieren, das sehen wir auch schon, Gegenmaßnahme ausschalten, so und das machen wir einmal und dann ist die Aufgabe auch schon fertig und hier sind noch ein paar Leute, ich zeige es nochmal schnell auf der Karte und zwar ganz genau hier an der Stelle, da müssen wir kurz interagieren.